Jo, Kasper, was geht ab? Guck mal, wir müssen diese Treppe nach ganz oben kommen. Aber es ist ein scheinende Treppe. Oh, ich wusste, dass du drauf reinfällst. Oh mein Gott. Oh ja, wir müssen jetzt schnell auf rot, schnell auf rot. Oh mein Gott. Guck mal, der sieht aus wie du. Der sieht echt aus wie ich. Dein Doppelgänger. Okay, schnell zur nächsten roten Farbe. Oh mein Gott, wie weit komm ich? Wie weit komm ich? Nein. Ich hab's bis hier oben geschafft. Guck mal, wie weit oben ich bin. Guck mal. Alter. Du musst doch richtig am Sprinten. Ich glaub direkt weiter, ich glaub direkt weiter. Ja, sie ist richtig hoch die Treppe. Oh mein Gott, was knapp. Wie weit kommst du nach oben? Ich glaub auch richtig. Hä? Flieder? Was soll das für eine Farbe sein? Flieder? Was ist Flieder? Lila. Nein. Oh mein Gott. Hast du's überlebt? Ja, du hast es überlebt. Ich bin auf so ne Dings gegangen. Hier ist Jason wieder. Okay. Also, guck mal. Du siehst ja, was wir machen können. Oh. Und wir können jetzt einfach mal. Ja, was denn? Uns ein bisschen ärgern alle gegeneinander. Oh mein Gott, der hat mich getaste! Aua! Wie, was kann man machen? Der taste mich! Was? Ich fall komplett runter, bin ganz unten. Der hat einen Taser gekauft und dann war ich geschockt. Du hast grad davon geredet, uns zu trollen oder so. Mann, okay. Nein, hab ich getaste! Ich auch? Nein! Nein! Okay, komm, wir kaufen uns jetzt auch mal irgendwas. Ich kaufe mir jetzt auch einen Taser. Schnellere Stiefel, die hole ich mir jetzt mal. So, jetzt habe ich die auch. Hey! Ich komme mit den Elektro Cutter. Also der Taser im Fall. Okay, den Taser, ja, hol dir den mal. Also schnellere Stiefel. Wie kann man... Ist die gratis? Ich glaube, die sind gratis. Ja, das ist nur um grobe Beißes reden. Ach so, ach so. Okay, komm. Jetzt werden wir hier nach oben gehen. Wenn uns der Typ wieder oben... Wenn wir den sehen... Schnell auf, 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 auf lila! Oh, Alter! Bist du lebensmüde? Oh Gott, was will denn? Oh mein Gott! Ey, du hast eingetased! Oh mein Gott! Der ist komplett durchgepast. Wie der runtergefallen ist. Ohhhh! Der freut sich anscheinend ja richtig, ne? Jaja, der freut sich aber nicht mehr lange, der Kollege. Wir gehen jetzt hier auf Orange. Auf ganzes Span... Oh nein! Ey, du bist voll schnell! Du hast dir irgendwas gekauft! Oh mein Gott! Alter! Ich bin ganz normal schnell, du nicht? Nein, du hast dir irgendwas gekauft! Ich habe mir gar nicht gekauft! Er stimmt! Achso, Leute! Wir sind auch nicht... Was machst du? Ich bin ganz unten! Bro, ich habe mich verguckt! Ich dachte Blau und ich fliehe da! Och Mann! Nein, das war Blau! Wir müssen jetzt hier nach ganz oben gehen! Das ist unsere Mission heute! Ja, okay! Okay, okay, okay! So, bin ich mal gespannt! Na toll! Okay, jetzt! Rot, schnell! So und dann... Alter, ich überhole die alle so krass oft, ne? Boah! Ey, du bist ja noch schneller als ich! Ehrlich? Bin ich das? Du bist noch way schneller als ich! Okay, jetzt geh ich schon nach oben, Kastler! Rot, 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 rot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das war knapp! Okay, Taste, zieh runter! Nein! Was machst du? Ja, jetzt! Okay! Beilung! Oh mein Gott! Schnell, schnell, schnell! Oh mein Gott! Nicht mich! Nicht mich! Ja! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Lila, lila, lila! Lila, kann man auch hier! Den hier! Den hier! Der geht noch! Wow! Oh mein Gott! Alter, das war knapp! Los! Ja! Weg mit ihm! Ja! Hau ab mit ihm! Das hab ich nicht! Das hab ich mit ihm, ja! Echt nicht? Okay, okay! Ich weiß nicht, ob das gerade auf dem vor uns oder so einer ist, ne? Ja, es sind noch drei Leute über uns! Ehrlich? Wo sind die hier? Oh mein Gott, Bro! Was machst du? Ich hab nicht drauf geachtet! Bist du blind oder was? Ich bin einfach hochgelaufen! Ja, toll! Okay, ich warte hier auf dich! Ich warte hier auf dich! Ich komm mit Vollspeed! Ich bin jetzt mit Vollspeed am Start! Okay, okay, okay! Ich glaub du kannst auch locker... Warte mal, ich komm wieder ein bisschen entgegen! So, hier! Da seh ich dich schon! Wie schnell bist du? Wie schnell bist du? Oh mein Gott! Bro, guck mal! Ich bin nicht einen runtergegangen! Wie schnell warst du grad? Ich weiß! Ich bin ja da! So, nee! Grün! Da geht noch einer! Da geht noch einer! Ja! Sehr gut! Oh! Alter! Was war das denn? Da war irgendwie ein komisches Geräusch! Man braucht hier drei Siege, ne? Haben die gesagt! Oh! Ja! Oh mein Gott! Okay, sehr gut! Und range! Und? Ist das hier Sieg Nummer 1? Pass auf! Pass auf! Oh mein Gott! Pass auf! Ja! Ja! Mach's gut! Nein! Das glaube ich nicht, was er gemacht hat! Der hat mich abgeschossen! Der Gammel da! Der Gammel! Mit der... Mit der Kammel! Nein! Och Mann, oh! Der hat mich geholt, der Typ! Bro, er schießt auf einmal mit einer Laserkanone! Hat er dich auch geholt? Nein, nein, ich bin aber runtergefallen wegen ihm! Och Mann! Ey, das gibt sowas von Rache jetzt, Kasper! Ich sag dir, ich geh jetzt nach ganz oben! Ich geh jetzt nach ganz oben! So! So! Wo bist du? Seh ich dich da unten irgendwo? Ich muss alle wegtasern hier! Boah, ich bin so weit oben gerade! Ich muss die alle wegtasern hier auf meinem Weg! Sehr gut! Hier! Das sind alles, alles gefahren! Oh mein Gott! Lieber hier bleiben! Galaxy Girl ist mit mir am Start hier! Okay, weiter geht's! Weiter geht's! Nein, nein, orange! Ich bin fast ganz oben jetzt gleich wieder! So! Okay! Ich hab eine wieder getastet! Ey, ich bin so weit oben, Bro! Blau! Blau! Blau, 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 blau! Blau, blau, blau! So blau! Oh Gott! Das war knapp! Okay, alles gut! Ey, der schießt vorne ganz oben! Jetzt hat er eine Minigun! Der hat eine Laser-Minigun! Wom hat er eine Minigun her? Bro, er hab mich 5000 Kilometer weiter weggehauen! Ich hab gesehen, wie das aussah! Was? Weißt du, was ich dazu sage, Alter? Ich hab ein Schwert gehört! Tschüss! Nicht alle töten! Ich bin doch fast oben! Ja! Haha! Du schaffst es nicht vor mir! Ich war doch fast oben, Alter! Und jetzt musst du schnell sein! Jetzt musst du schnell sein! Bevor er oben ist! Okay! Oh mein Gott! Was machst du? Mann! Das wär auch so gut gewesen! Egal, du überholst die hier alle! So! Hier lang! So! Okay! Okay, ich warte kurz hier! Hä? Guck mal, das sind schon... Die haben sich das gekauft! Die haben sich das gekauft! Die sind schon ganz oben! Die sind schon ganz oben! Schon wieder! Hast du Robux verschwendet, Kaspar? Hä? Für 150 Robux haben die sich das gekauft! Zum Ende springen kannst du, ne? Bro, und jetzt chillen die da oben und wollen uns nerven! Das ist doch nervig! Nicht mit uns hier! Hast du schon ne Laser-Kanone gekauft oder sowas? Ich hab ne... Ne Taser-Kanone hab ich! Ne Taser! Ja, das sind fünf Leute, die mit Minigun oben stehen, Bro! Hast du keine Chance! Ja, die werden hier... Die werden keine Chance haben! Die werden... Okay, okay, okay! Wenn du das sagst... Und dem zeigen, wie der Hase läuft mit meinem Taser! Die werden alle jetzt gleich getpaced! Ach, gar nix! Los hier! Sag mal! Die werden alle jetzt getpaced! Oh, drauf hier! Juhu! 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 Du musst auch gucken, dass die mich nicht erwischen! Dass ich genau niemand stabil hochlaufen kann! Ja, du musst ein bisschen aufpassen! Du musst ein bisschen aufpassen! Oh, weiter, 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 weiter! Nein! Ey, die haben mich geholt! Blablablablablablablablablabla! Ja! Das Ding ist, die haben Waffen, dafür brauchst du 20 Gewinne! Das ist halt das Ding! Ah, so richtig starker also schon! Richtig stark sind das hier! Ich hör dich! Oh mein Gott, da steht die! Die Taser-Tier-Belch! Oh mein Gott, der ist runtergefallen! Ich weiß! Oh! Bro, er wollte mich Taser gerade! Wo bist du denn? Ich bin wieder fast oben! Ich bin wieder fast oben! Ich hab wieder einige Taser-Tier-Tier! Das ist hier nicht mehr viel! Der ist genau hinter mir! Oh mein Gott! Er hat sich nach oben gespawnt! Er hat sich nach oben gespawnt! Um zu nerven! Ja, er hat sich nach oben gespawnt! Krass, weil ich komme! Jetzt schon wieder 150 Robux ausgegeben! Neue Runde in einer Minute! Oh Gott! Oh Gott! Er ist so nervig! Bro, ich hasse ihn! Ich bin ganz unten! Der nervt da oben, der nervt mich voll. Ich geh jetzt hier schön die ganzen Orangen hoch. Ich kauf mir jetzt mal einen fliegenden Teppich. Oh mein Gott, er hat es gerade noch so geschafft. Ja, ihr habt zwei getasert. Ja, jetzt kann ich hochfliegen, Bro. Steig auf, steig auf. Wo bist du? Bist du hier irgendwo? Komm, ich flieg nach oben. Bist du hier? Wie du fliegst nach oben. Ich kann fliegen, Bro. Das hast du jetzt geschafft. Ich such dich gerade, ich such dich gerade. Bist du schon ganz oben? Da bist du. Komm rauf hier, komm rauf hier. Was, wie hast du das denn jetzt geschafft? Ja, komm rauf. Oh nein, nein, nein. Den schubst du nicht runter. Was willst du, Kollege? Ich hab weiter einen Sieg bekommen, oder? Hast du einen Sieg bekommen? Nein. Neue Runde, schnell nach oben, schnell nach oben. Es hat sich gezählt. Was, wie ist das denn nicht? Guck mal, wie ich da oben flieg. Guck mal, rechts auf die Anzeige. Alter, ich sehe es gerade. Was machst du denn da? Und ich bin oben. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich bin gerade am weitesten oben. Ey, du musst hier unbedingt diese Laser-Kanone kaufen. Ich weiß, ich weiß. Welche Laser-Kanone? Den Teppich mache ich, den fliegenden Teppich. Hier, so ein Gewinn. Gerade ich hole mir den gleich. So, dann komm mal her, ihr Kollegen. Nee, 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 nee. Alter, ich komm zurück, ich wünsche nur die Hälfte. Ich flieg, glaube ich, mal ein bisschen zu euch runter. Zeig mal her, was machst du da so. Ach, da bist du ja. Ja, zeig dich. Ich komm, ich geh jetzt extrem schnell hoch gerade, ne? Extrem schnell effizient. Hier, easy wieder. Ich hab nur noch einen weitergekommen, ne? Wo bist du, wo bist du? Guck mal, jetzt ist noch keiner oben, oder? Noch keiner oben. So, heute schön hochlaufen. Oh, Broxel. Ah! Was machst du? Okay, ich bin nicht so weit. Ich bin nicht so weit runtergefallen. Alles gut. Kein Problem. Ah! 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 Hier geblieben! Hau ab! Hau ab! Okay, du denkst also, du kannst gegen mich gewinnen, ja? So, du bist fast oben. Du denkst, du kannst gegen mich gewinnen! Ich hab einen Sieg! Stehen geblieben! Ich hab einen Sieg! Okay, komm, wir müssen die anderen nerven, müssen die anderen nerven. Ah! Ah! Ich komm wieder rum, alles gut? Ich taste die jetzt, ich taste die jetzt! Zack! Getaste! Haha! Sehr gut! Sehr gut! Guck mal, wie der runterfällt hier! Ja! Weg mit der! Pass auf, die Laserkanone oder an der Seite! Da kommt die, da kommt die! Jetzt hier! Ja! Mit dem Schwert! Du hast mich getaste! Aua! Hilfe! Hilfe! Broxel! Aua! Äh! 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 Ich hau sie! Ich hau sie! Ich hau sie! Oh die kaputt! Die werden an unsere Kanonen ran! Los! Nein, der ist jetzt, jetzt den Laserfinger geholt! Oh nein! Huh! Die geht nicht drauf! Weil die unendlich leben hat! Nein, 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 nein! Eeeeeee! Ich flieg von der Map! Ich flieg von der Map! Nein! Die hat keine Schock, ich schub sie runter, ich schub sie runter! Oh! Oh! Na komm! Na komm! Aber weißt du was du kaufen könntest? Alle zurücksetzen, ne? Warte, ich bin kurz von der Map bei den spawn ich wieder oben! Ah! Ah! Du kannst nur... Äh, jeder... Guck mal, das wollte ich jetzt mal wieder oben... Verdammt! Ich schub sie sich wieder runter von der Map! Ich könnte mir doch jetzt rein theoretisch unendlich Siege holen oder nicht? Wegen diesem Teppich? Kann ich doch immer nach oben gehen wieder! Theoretisch kannst du jetzt immer nach oben gehen, ja! Okay! Oh mein Gott! Was willst du, hä? Ey, man kann die nicht hauen, die hat unendlich Leben, Bro! Man kann die nicht hauen! Oh! Ich bin wieder ganz unten! Nein! Ach nee! Freunde! Wir haben es geschafft! Lasst ein Like und ein Abo da tun! Schaut erstmal meine Videos aus! Wir sehen uns im nächsten Video! Dann würde ich euch bis dahin und ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal!